Der Aufsteiger verstärkt sich mit einem früheren Spieler von Eintracht Frankfurt und 1860 im Muenchen.8 seinen Kader für die 3. Liga auf. Der frühere Bundesligist KFC Oerdingen rüstet nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf und hat den langjährigen Bundesliga-Stürmer Stefan Aigner verpflichtet. Der 30-Jährige, der zuletzt für die Colorado Rapids in der nordamerikanischen MLS spielte, kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag über drei Jahre beim DFB-Pokalsieger. Ein Jahr von 1985 für Aigner hatte 1860 München noch im Sommer 2016 3 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen. Eine Rückkehr Aignas zu den Löwen, die wie der KFC in Liga 3 aufgestiegen sind, war zuletzt ebenfalls ein Thema gewesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017